Arnzugr, Frau Kadagaholi, heißt dieser zuckersüße Rappwallach und er ist ein Verkaufsfeld von The Horse Seller. Neun Jahre alt, Stockmasse um die 1,40 würde ich schätzen, gemessen haben wir ihn noch nicht. Er ist ganz, ganz brav und super sicher, sein Temperament liegt so im, ja ich würde jetzt mal sagen mittleren Bereich, also er lässt sich gerne vortreiben, läuft dann aber auch so lange, wie man es möchte, bis man ihm eine neue Hilfe gibt. Er ist ganz mutig und aufgeschlossen, macht alles mit, was man ihm so vorlegt und was man von ihm verlangt. Dabei ist er total einfach zu reiten, ganz, ganz leicht zu formen, er ist bereits sehr gut ausgebildet und geht sicher in allen vier Gängen, wobei sein Tölt definitiv überwiegt, also der hat richtig viel natürlichen Tölt, der bis ins gute mittlere Tempo zu reiten ist und zwar mit und ohne Zügel, also ganz einfach hier. Ein sehr schön sicheren Trab und eine sehr angenehme Galoppade der Anzüge, ein super nettes Reitpferd mit schicken Bewegungen dazu, also den kann ich mir ganz gut vorstellen, nicht nur für ungeübte und ängstliche Reiter und Kinder, sondern auch für Reiter, die etwas mehr machen wollen. Ich kann ihn mir sehr gut im Kinder- und Jugend- oder Einsteigersport vorstellen. Hier kann er sicher ab sofort direkt schon in den leichten Prüfungen laufen, aber ich kann ihn mir auch gut vorstellen bei weiterem Training für T4 und auch für die V2. Der Anzüge ist ein super nettes Pferd für den Freizeitreiter oder den Sportreiter, gerade was man Lust hat zu machen und was so schön gefällt bei diesem Pferd ist, dass er so leichtgängig ist, also treiben ist einfach und aufnehmen ist einfach, ist leicht in der Hand und immer schön in der Form, also da muss man gar nicht mehr viel üben. Das kann der richtig gute Anzüge und das macht ihm auch Spaß, das merkt man. Also er ist da sehr freundlich und fröhlich, wenn man mit ihm arbeitet. Ein super nettes Allrounder-Pferd und ihr seht ihn gleich noch auf der Ovalbahn, wie er da seine Gänge zeigt, wenn wir hier fertig mit der Spielerei sind. Aber das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Seht ihr ja auch in unseren Videos, das ist uns sehr wichtig, dass die Pferde schreckfrei sind und dieser hier macht da einen sehr, sehr guten Eindruck, der Anzüge. Der kommt am 10. Oktober höchstwahrscheinlich nach Deutschland, kann natürlich im Vorfeld auch schon direkt von Island erworben werden. Wenn er zu uns kommt, kann er natürlich bei uns dann auch ausprobiert und kennengelernt werden, der süße Schatz. Und wenn er euch genauso gut gefällt wie uns, dann meldet euch. Die Daten dazu findet ihr oben im Video. Und natürlich könnt ihr das Video liken und kommentieren. Wir freuen uns immer sehr über einen regen und fairen Gedankenaustausch mit euch. Wenn ihr möchtet, dann folgt ihr einfach unserem Kanal, klickt die Glocke weg, damit ihr immer informiert seid, wenn wir ein neues Video posten, sei es ein Verkaufswert oder ein Video aus der Reihe A Day with the Horsseller. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß mit dem süßen Anzüge von Karla Gahouli. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß mit euch. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß mit euch. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß mit euch. und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020